Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 9. Eure Aufgabe ist heute, so viele grüne Gegenstände zu suchen, die ihr in eurer Wohnung oder auch draußen findet. Wenn ihr das gemacht habt, tragt ihr eure Anzeigen, eure Laufkarte ein. Ich habe heute ein paar Helferchen mitgenommen, die, genauso wie ich, auch grüne Dinge gefunden haben. Viel Spaß, wie viel findet ihr? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!